Seid ihr bereit für einen unvergesslichen Tag voller Spaß und sportlicher Herausforderungen? Der Unit Sports Day beim SC Siemenstadt verspricht genau das. Einen ganzen Tag lang Sport, Spiel und spannenden Deckung, ganz ohne Unterricht. Wir wollen hier einfach die gute Kooperation, die wir mit dem Spandau Sport und Schulamt haben, hier einfach auch manifestieren und untermauern. Es gibt da viele Kooperationen auch mit einzelnen Grundschulen. Daraus ist die Idee damals vor zwei Jahrzehnten entstanden und wir laden halt alle einfach ein. Jetzt heißt es sportfrei. Die Schüler stürzen sich in verschiedene Runden voller spannender Aktivitäten. Neben den Klassikern wie Tischtennis, Badminton und Basketball warten Herausforderungen wie Human Table Soccer, Akrobatik und Angebote des Schützenverbandes darauf, ausprobiert zu werden. An jeder Station erhalten die Kids einen Stempel für ihr Sportamt teuer Buch, um später an der Tombola mit tollen Preisen teilzunehmen. Für die Kinder ist es unvergöttlich. Man kann Sportarten ausprobieren, die es im Schulsport nicht gibt, wie Bogenschießen, Wushu, Tanzen. Apropos Tanzen. Diese Station zieht alle Blicke auf sich. Unter der Anleitung von Bea erlernen die Grundschüler rasch eine Choreografie, die sie im Anschluss gemeinsam tanzen. Zudem begeistert das integrative Spielmobil, das eine inklusive Atmosphäre schafft. Hier können Kinder mit und ohne Behinderung zusammen spielen und Sport treiben. Inklusion, Integration ist für uns ein großes, großes Thema. Wir versuchen die Kinder, die Jugendlichen auch heute an diesem Tag genau mit diesem Thema in Verbindung zu bringen. Für über 500 Grundschüler ist dieser Tag ein wahrer Höhepunkt voller Energie und Begeisterung. Von der ersten bis zur letzten Station erleben sie ein Feuerwerk an Aktivitäten und nutzen jede Gelegenheit, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Sportarten zu testen und den SC Siemenstadt kennenzulernen.